Ich bin Polina. Ich wohne hier in diesem Apartment. Ich bin eigentlich aus der Schweiz und bleibe hier für zwei Monate. Ich nehme mir kurz mit auf die Tür. Das Ganze ist mein Zimmer. Wie ihr seht, hat es ganz viel natürliches Licht. Es findet auch mega schön. Die grossen Fenster. Und hier sieht man auch die Stadt. Für Ibiza-Verhältnisse ist das Zimmer und das Apartment ein sehr gutes Preis-Leistungsangebot. Es ist eigentlich fast das günstigste, was ich gefunden habe, um mit Ibiza zu wohnen. Hier habe ich ein grosses Bett. Das ist mega schön. Hier habe ich einen Schrank. Da passen jetzt irgendwelche Sachen in mir. Und, was auch gut ist, ich habe einen Schreibtisch und kann hier für die Schule lernen oder meine Sachen erledigen. Hier haben wir zwei Badezimmer. Das ist mal das erste Badezimmer, das wir haben. Und jetzt sage ich noch das zweite. Das ist das zweite Badezimmer mit Duschen. So haben wir genügend Platz für alle. Da wäre die Küche. Da kochen wir ab und zu zusammen. Und geniessen das Essen.